Superagent Guzi ist wieder am Start und hat Superagent Stevie mitgebracht. Nein, der war schon da. Zu nice, Alter. Und hier ist der nächste Superagent, der in das... in das geheime Team Cobra. Aufgenommen werden will. Zu hart, Alter. Da haben wir Nike Niklas. Nike Niklas, Alter. Super Nike Niklas. Was sagst du dazu? Sehr komisch. Also, Nike Niklas sagt, das ist sehr komisch. Aber, wir sagen, wir klauen uns ein paar Schlitten und schleiden durch den Schnee, Alter. Heute gibt es ein bisschen Schnee. Da können wir ein bisschen rutschen, Alter. Das finde ich geil. So, und damit machen wir erstmal Pause. Die nächste Story kommt nach Globus TV. Du hast was vergessen. Du musst das dein Buch vorlesen. Ach, Globus TV. Bleibt dran. Warte, wir lesen noch etwas vor. Mal gucken. Wollen wir die letzte Geschichte vorlesen? Auf jeden, das machen wir. So, heute bin ich auf Speed. Total, Alter. Wo ist nur Snoopy hin? Alter. Niklas ist da. Nach Winzerlei geht es jetzt, Papa hat gerufen, auf jeden Digger, das machen wir, der Kampf der Wölfe, wird gefragt, ja, ich habe mit einem Wolf gekämpft, deswegen ist meine Lippe aufgeplatzt, drauf gebissen habe ich mich, wo ist nur der Wolf hin, ja, wo ist Tomekin, den wollen wir noch finden, Super Agent, Stevie Zeiss, begleitet mich, Nike Nikolas, die Gold Power ist angesagt, habe ich mich, heute habe ich mich, mit einer Super Orange, Hau gemacht, zu leistiger, zu leist, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall,